guten morgen leute fahr gerade ins training es ist 11 uhr morgens heute zerstöre ich meinen rücken nehm es heute wieder auf im morphic gym scheiß wetter heute aber was will man machen bei dem scheiß wetter natürlich ins training wir sehen uns gleich im training bis jetzt nur eine mahlzeit gegessen haferflocken früchte mit whey protein von optimum nutrition und habe zwei kaffee getrunken hat nämlich kein pre-workout puster dabei naja es wird schon gehen bis jetzt bis jetzt It's in the stories that we sing That someone's waiting to be told The act encompasses the blame We watch the seeds we live on go high It's in the stories that we sing That someone's waiting to be told The act encompasses the blame We watch the seeds we live on go 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.